Hallo! Ich heiße Carlos Ramirez. In diesem Video lernst du Übungen für die rechte Hand. Viel Spaß! Für die rechte Hand, die Finger heißen P-I-M-A. P-I-M-A. Sechste Seite E. Fünfte Seite A. Vierte Seite D. Dritte Seite G. Zweite Seite H. P-I-M-A. Erste Seite E. Wir machen jetzt P-I-M-A. Sechste Seite. Dritte Seite. Zweite Seite. Und erste Seite. Und erste Seite. P-I-M-A. P-I-M-A. Wir machen jetzt P-I-M-A. A-M-I-M. A-M-I. Wir machen jetzt B, M, I, A. Wir machen jetzt B, I, A, M. Schreib mir einen Kommentar. Welche weitere Lernvideos du von mir wünschst. Bis bald!